Heute bin ich jetzt bei meiner Tante und der Spastiker, der gleich wieder hier mit seinem E-Bewist in kommt, der ist auch wieder mit bei und er wird gar nicht wissen, wie der aussieht. Weil ich bin jetzt nämlich nicht zu Hause, ich bin jetzt wirklich bei meiner Tante und ich sitze da im Hintergrund, also ich werde gleich wissen, wie der Typ wirklich mit seinem E-Bewist in kommt, wie der E-Bewist in ist bei der Kinder, also bis dann. Oder bis jetzt zum Video, sorry. Und jetzt kommt eine üble Nachricht, das Projekt Danos & Wägen könnte scheitern, so 80%. Wahrscheinlich hat der Klatzkopf da mehr Chance für sein anderes Spiel. Wahrscheinlich könnte er sogar zusehen, wie ich hier verbesserbreche und er auch ohne, auch wenn er kein Spiel bekommt, dass er sich den Auslachen tut, dass ich kein Danos & Wägen bekomme. Aber wie ihr sagt, sein Ziel ist es nicht, dieses Spiel E-Bewist inzubekommen. Von den anderen Typen ist es ja ein Ziel, mich dumm aussehen zu lassen, dass ich sei, dass es bei Rotan & Wägen nicht bekomme. Dass er sich eben ablachen tut, wenn er in einem anderen Spiel ist und dass er wahrscheinlich doch mit seinem Ego gewinnt. Wir müssen irgendwas unternehmen, Leute. Es ist ja mal wieder voll logisch, dass du hier mit deinem Auftreten da so cool fühlst. Mit dem der sich angetzogen, Alter. Ich nehm dir aber ja nicht. Also seine Kopfbedeckung. Der ist dumm, Alter. Hein, Leute. Wie fühl ich mich denn auf, Alter? Du hast keine Mütze mehr bei mir hab, oder was? Du bist ja voll moderentusiast, seine Vollung. Entschuldigung. Das ist ein Mode-Enthusiast, meine Lieben. Nein, ich schon wieder. Und wer ist aber schön da, Hannes? Dass er sein kleines Drachenspiel wahrscheinlich nicht bekommt. Dio, Alter. Ja, so ein Losche, Alter. Dass er diese Scheiße hier nicht durchzieht, Alter. Sein kleines Bayro-Kerk. Frömmisch in seine Niederlage in Schwerin. Schönes Ding. Ich weiß nicht, wie man diesen Typen da halten soll. Die schöne Bühne. So was von krank, Alter. So was von krank. Jetzt lacht er mich aus. Warum lacht er mich aus, Alter? Jetzt wahrscheinlich selber nicht. Ich kann nie mal auslachen, du Krampe, Alter. Aber als du so viele Leute nicht zuhörst, komm ich gleich mal wieder. Machen wir lieber nicht in die Tür dich, bevor sie alle dumm stehen. Für das Drachenspiel. Ja, so sieht's aus. Hm. Ja, du schützt dich schon. Ich hab mal keine kleine schwierige Cornflakes-Schachtel. Und er bekommt es nicht. Hab doch gesagt, er hat nichts drauf, Alter. Habt ihr damit mit den Arsch gerechnet, dass der sein hessischen Spieler nicht bekommt? Ich kann mal sehen, was dir was, was der liebe Sinn machen wird. Ich kann mich nur befreuen wie ein Kind, Alter. Wie kann man sein? Wie war's? Mit Mikro, Alter. Das ist ja schön. Ja, so sieht's aus, Alter. Lass ja ohne Minecraft spielen. Mit Creeper. Alter, was ist denn mit dir nicht richtig? Was ist mit den Typen nicht korrekt? War's mit lieben, Leute? Wie ist denn meine Augen? Wie kannst du das halten, Alter, Alter? Nee, kann er nicht, weil er in einer Waffe hat. So eins hast, Leute. Er freut sich, wie ein Kind, dass ich mit Darnus und Dwecken nicht bekomme, ey. Kleine Drachenbänge, Alter, mit seinem kässlichen Frech-Hackspiel. Einfach einig zu zeigen, okay, dann hast du das Spiel nicht bekommen. Aber da macht er so ein Uff... Also, Leute, stimmt für YouTube bitte, das... Zwei und Versager! Boah. Ja, auch mit seinen gar keinen Spielnähtigen Kindchen. Hab' nur wahnsinnig vor! Drachenspiel! Ja, so sieht er auch aus, Alter. Habt ihr gehört, Leute? Ja, Drachenbänge, mit denen du richtig bist! Oh, ich danke dir, Kramp, Alter. Das ist mit den Typen nicht korrekt, Alter. Was ist mit den Typen nicht korrekt, Alter? Ey, du kannst du mir zeigen lassen? Ja, ich kann ja nicht wissen, wie kann er nicht sein. In einer Waffe hat ganz einfach... Drachenspiel! Er freut sich wie ein Kind, dass ich mit den Darn aus den Trägen nicht bekomme. So kommt er nicht mal, diese Rotze, Alter, diese... Ey, das ist doch eine Frechheit! Der ist einfach einig zu zeigen, okay, dann hast du das Spiel nicht bekommen. Wenigstens hier keiner gewinnt ist, Junge, Alter. Aber da macht er so einen Uffstand, Alter. Weil der, wenn ich mein Spiel das nicht bekomme... ...ablacht! Warum soll er sein scheiß Drachenspiel denn bekommen? Weil, weil das Spiel ein bisschen zu doof ist mit den Drachen, wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber mir ist das nicht so... Da macht er denn eine Spie, Alter! Und wir müssen in! Das ist doch ein kleines Spiel, Alter! Ja, das ist schön! Ja. Da spielt jeder! Ja! 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 Geiles Spiel, Alter! Ja, das ist schön! Das spielt jeder! Wenn er seine Kopfschmerzen bekommen hat... Dann kann er den Song singen, Alter! Ba-ba-ba-ba-dee-dee-dee-da! Geiles Spiel! Ja, das spielt einfach gar nicht! Kein Scheiß! Klatschen wir gerne an keinen anderen! So sieht es aus! Ja, das mach ich jetzt auch nicht, weil ich ein mischnogischer Lenker als dieser Typ da! Ich will Drachen spielen! Das ist mein Problem, Mensch! Warte, die denn da? Da, 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 da... Was der dicke Typ kommt, deine Kornfleckschachtel auf der Fresse zu setzen, Alter! Du hast einen Drachen-Videon! Leute! Keiner, die tut mir da auf der Fresse, Alter! Seine Kornfleckschachtel! Nur weil er seine Bekleidung vergessen hat! Du hast Angst vor einer Kornfleckschachtel! Ja! So sieht's aus, wenn man keinen Drachen-Scheiß bekommt! Das ist die Kornfleckschachtel, Tito Arschloch! Ja, so sieht's aus, Alter! In einem... Drachenspiel-Typ! Was ist denn dein Problem, Mensch? Ich bin so froh, dass sie ihn noch umentschieden wird, dass die in Games-Scheiß nicht so weit von auf seinen Drachenspieler abholen! Weil der sich in den Glück hat, seine Kornfleckschachtel auf der Fresse zu setzen, Alter! Seid ihr nicht in die Augen sehen, dass ich hier ein Drachenspiel-Videon sehe? Leute, wenn er den Typ meiner Unöffentlichkeit sieht, hab den in der Fresse, Alter! Seine Kornfleckschachtel! Weil er seine Bekleidung vergessen hat! In der Lage tut ihn doch perfekt! Kann man sehen, was Ewe besonders in der Macht hat, Alter! Ja! So sieht's aus! Alles schon wie! Ich hab die Augen schön! Ich hab die Augen gesorgt, Alter! Drachentyp! Ja, Leute! So sieht's voll aus, Alter! Er kann's wahrscheinlich nicht sein lassen mit seinem kleinen Schwinnig-Spiel hier! Schwinnig-Schwinnig-Schwinnig! Schwinnig-Schwinnig-Schwinnig-Schwinnig-Schwinnig-Schwinnig-Schwinnig! Das ist wie kein Schwingerspinn, Alter! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Creeper! Ha, 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 ha! Ja... Ich bin nicht so krank und er ist recht nicht! Oh, was machst du denn, was denn denn da kommt? Fui! Machst du keine Arsch über den Mann, was machst du denn? Du Kornfleckschachtel-Interziast, Alter! Ha, ha, ha! Du Kornfleckschachtel-Ritter, Alter! Wie halt, was du sein sollst? Du hast so kleine Pussy mich grad genannt! Na, Ritter! Stinkst du doch an deiner Farce, Alter! Unverstellbar! Kannst du als Mütter, Alter, du Arschloch! Ich komme aus der heutigen Zeit, Alter! Ich würde das nicht sein lassen können! Dann geht ein Drachen-Spiel spielen in dein Kopf, Mensch! Ey, Drachen-Spiel, Drachen-Spiel! So was, Alter! Wollt an mit einem verlaufen? Ha, 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 ha! Nein, wir können das nicht! Äh, 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 äh... Augenblick! Alter, was ist denn mit dir nicht richtig? Mitte, Alter! Da hast du ja auch nicht direkt, Alter! Das sind Namen, Alter! Ähm... Wie kannst du das sein lassen? Ne, kann er nicht, weil er in einer Waffe... Kann man sehen, dass ich immer Krebs habe? Er freut sich wie ein Kind, dass ich mit einem Darn aus und Wecken nicht bekomme, ey! Ganz genau, Leute! Er hat keinen Krebs, Alter! Ne Frechheit! Alter! Dein sich zu zeigen, okay, dann hast du das Spiel nicht bekommen! Alter! Alter! Da macht er so einen Aufstand, Alter, dass er... Spastika, Alter! Alles doch nicht! Wie ein kleines Kind! Leute, ich glaube, wir haben erst mal genug gesendet. Ähm... Bevor er sich noch eine zweite Kopfhinschaft auf die Ohren setzt, wahrscheinlich. Ja... Also Leute, nur als Info. Er freut sich ja schon über eine Niederlage, dass ich das Spiel wahrscheinlich nicht bekomme. Alle, die dein Drachenspiel nicht haben wollen, senden ein Dislike auf dieses Video. Einen schönen Dislike, Leute! Da will es nämlich jeder, dass sein Chef-Drachenspiel kein Sinn erhebt! Pfff! Also! Hau drinnen, meine lieben Zuschauer! Kann er mit Danny mit in den Uni weiter senden! Also es stimmt dafür, dass er kein Spiel bekommt, das nicht Okins bekommen! Ach, Alter! Das ist ja nicht richtig! Kommt, der... Kommt, der... Das ist mit den Typen nicht korrekt, Alter! 셔부�este bis zu den fossem, auf den Taal ... Der ist ja nicht ausimaliert! uterкам! Untertitelung des ZDF, 2020